Yo, Chesse miteinander. Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Heute bin ich in Arosa unterwegs, wenn ihr das seht. Ich bin schnell auf Arosa. Ich habe mein Velo in Service gebracht, bei Arosa Bike. Wenn ihr zu Arosa seid, unbedingt mal bei Arosa Bike vorbeischauen. Immer geile Velos zum Mieten, wenn ihr hier oben mal eine Tür machen wollt. Arosa Bike, place to be. Direkt am See könnt ihr als Glace schlürfen, bis das Bike bereit ist. Wenn ihr mal ein Norco fahren wollt, ab auf Arosa. Geile Trails, immer schönes Wetter. Zumindest wenn ich da bin, ist immer schönes Wetter. Und sonst können wir da halt mal mit mir mit. Dann ist einfach immer schönes Wetter. Die Lifts sind noch nicht offen, aber ich finde immer etwas zum Fahren. Und jetzt fette Beat. Ab der Post. Appellate Appellate So, cool, das war auch gut. Yo, jetzt gehts los. So, cool. 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 So, cool.